Herzlich willkommen zum sechsten Spieltag der wahrscheinlich unberechenbarsten Liga Europas derzeit. Ja, der fünfte Spieltag für mich, alles andere als gut. Nur fünf Quotenpunkte geschafft, lediglich die Kölner und der BVB haben mir was eingebracht. Der Woody war besser, der hat eine 9.85 geschafft. Ja, aber dennoch waren natürlich in der Community einige deutlich besser. Die haben wir hier eingeblendet auf Platz 1. Glückwunsch, Klaas Ongress mit sagenhaften 18.55. Auf Platz 2 Felix mit 16.80. Auf Platz 3 haben wir den DSC Lohmann 16.45. Auf Platz 4 gemeinsam Heinz Erhardt und Oliver Bill mit je 15.95. Ihr dürft natürlich auch diesmal alle gerne wieder mitmachen. Im angepinnten Kommentar die Copy-Paste-Vorlage und ein paar Takte zum Regelwerk. Hier haben wir die Quoten eingeblendet für diesen sechsten Spieltag. Und ich sag's gleich vorweg, ich wär gerne so ein Würfel derzeit. Ja, es ist wirklich schwierig. Man kann in alle Himmelsrichtungen denken. Klare Tendenzen gibt es derzeit nicht in der Bundesliga. Aber gehen wir es einfach mal an. Ja, wir haben die Freitagspartie Werder gegen Augsburg. Und eine 1.65 auf den Werder-Sieg. Bei allem Flutlicht-Ding, was Werder halt so, ja, immer in der Vergangenheit so gezeigt hat. Die Abendspiele, Freitagabend speziell, haben es durchaus in sich. Das ist wohl bekannt. Aber Augsburg muss auch eine Reaktion zeigen. Und eine 1.65 finde ich jetzt wirklich auch für einen Aufsteiger doch arg niedrig. Deswegen gehe ich hier nach Quote und entscheide mich für das X. Hat immerhin eine 4.60. Und die Augsburger müssen was tun. Bärischer vielleicht. Ja, gibt es da eine Leistungssteigerung. Ja, schwere Leistungssteigerung muss eh her nach diesem, ja, wirklich schlechten Spiel gegen die Hertha. Gut, der Wodi sagt dazu. Ebenfalls das X. Dann haben wir den BVB zu Gast bei RB Leipzig. Ja, schwieriges Spiel. Rose, der Ex-Dortmund-Trainer, frisch installiert bei RB Tedesco ja seit Mittwochfrüh. Geschichte. Und, ja, das hat natürlich irgendeinen Effekt. Aber ich glaube, ja, RB Leipzig wird sich noch ein bisschen fangen müssen. Der BVB-Terzic traue ich es irgendwie zu, dass er seine Spieler auf so eine Situation mit dem Trainer-Effekt halt einstellen kann. Deswegen gehe ich hier auf die höchste Quote und nehme das X. Und, ja, nächste Woche haben beide schwere Aufgaben in der Champions League. Beide auswärts. RB Leipzig bei Real Madrid und Dortmund bei Manchester City. Das könnte auch in den Köpfen mit rumschwirren. Also daher, ja, ein bisschen abtasten. Ich sage einfach mal 1 zu 1. Hat hier übrigens das Ergebnis gerade bei Werder nicht genannt. Ist identisch. Also auch dort 1 zu 1. Schauen wir mal, was der Wodi zum Trainer-Effekt sagt. Er sagt, Leipzig gewinnt dieses Spiel. Also Trainer-Effekt wesentlich erfolgreicher als bei meiner Einschätzung. Dann haben wir Hertha gegen Bayer Leverkusen. Ja, und Leverkusen ja auch schwer einzuschätzen. Aktuell wagt man da den Auswärtssieg für eine 2.00. Ich gehe auch hier nach Quoten und entscheide mich deshalb für das X. Bei Hertha hat man gesehen in Augsburg, dass jetzt peu a peu Leistungssteigerungen stattfinden. Sandro Wagner, Quatsch, Sandro Wagner, Sandro Schwarz. Ja, die Linie ist erkennbar. Es geht peu a peu aufwärts. Mehr Struktur im Spiel. Ja, wird hart gearbeitet. Und ja, man hat sich da letztendlich auch verdiente drei Punkte in Augsburg geholt. Ich gehe auf Nix. Sag auch hier ein 1 zu 1. Der wurde gesagt dazu. Ebenfalls das X. Gut, dann als nächstes haben wir Eintracht Frankfurt gegen Wolfsburg. Wolfsburg, bisher mein Top-Punkte-Lieferant. Alle fünf Spiele bisher richtig in den Tendenzen gewettet, getippt, beziehungsweise ja leider nicht gewettet. Und ich sage zu dieser Partie, dass die SGE es gewinnen wird. 1 zu 0 mein Tipp. Weil ja, ich denke halt so, das gibt auf jeden Fall der Mannschaft Mut, dass sie auch nach dem Spiel, nach der Niederlage gegen Sporting gefeiert wurden. Der Glasner weiß, glaube ich, mit solchen Situationen und seinem Team ganz gut umzugehen. Wird da frischen Mut einimpfen und dann jetzt erstmal Champions League ausblenden. Es geht um diesen Heimsieg. Drei Punkte müssen her. Bei Wolfsburg natürlich eigentlich umso mehr. Aber ich finde das alles zu schlecht, was die leisten. Knapper Heimsieg. Der Wudi dazu. Er sagt ebenfalls Eintracht Frankfurt Sieg. Dann die Bayern gegen den VfB Stuttgart. Ja, die Bayern relativ glanzlos. Haben da in Inter Mailand ihr Spielchen gewonnen. Kein Feuerwerk. Solide Arbeit. Gut, jetzt VfB Stuttgart und nächste Woche dann das Heimspiel gegen Barca. Das Wiedersehen mit Lewandowski. Das dürfte somit auch in den Hinterköpfen rumschwirren. Ich vermute und ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass die Bayern dreimal hintereinander unentschieden spielen. Aber Stuttgart hat diese Saison schon viermal Remy gezockt. Und deswegen gehe ich auch hier auf das besser dotierte X. Die Quote auf den Heimsieg finde ich hier einfach zu niedrig. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Bayern 2-0 in Führung gehen, sich zu sicher fühlen. Und dann halt der neue Stürmer Gerasi einmal trifft. Vielleicht auch Thomas. Ja, 2-2 halte ich hier schon für möglich. Vielleicht geht Stuttgart auch in Führung. Es sind viele Szenarien denkbar, aber so richtig rund lief das in letzter Zeit nicht bei den Bayern. Und wie gesagt, Barca eiert da schon in den Köpfen mit rum. 2-2, aber auch ganz klar wegen der Quote so entschieden. Der, wo die sagt dazu? Er sagt sogar Stuttgart-Sieg. Ja, da könnte ich auch drüber schmunzeln. Was gibt da eine 16er? Hm, okay. TSG gegen Mainz. Da gehe ich auf ein 2-2. Kann mir nicht vorstellen, dass die Mainzer jetzt auch das vierte Auswärtsspiel in Folge gewinnen. Also das finde ich pfüglich zu krass, weil an sich ist ja ihre Stärke daheim. Und die TSG zuletzt in den Heimspielen auch sehr erfolgreich. Aber auch da kann ich mir nicht vorstellen, dass das unendlich weitergeht. Es sind immer sehr enge Duelle gewesen. Für die TSG ist der FSV jetzt wirklich auch kein Lieblingsgegner. Deswegen 2-2 finde ich da ganz gut, dass X am besten dotiert. Der, wo die dazu sagt, die TSG gewinnt. Dann gehen wir ins Topspiel. Um 18.30 Uhr ist ein Derby. Ruhrpott-Derby. Die Schalke 04 gegen Bochum. Und ich denke, jetzt sind die Bochumer dran. Wenn sie es diesmal nicht reißen, gebe ich es auf. Und dann gewinnen sie wahrscheinlich nächste Woche gegen Köln. Aber ich glaube an den Auswärtssieg. 1-2 mein Tipp. Und ja, warum? Der Riemann, der hat unter der Woche halt für ein bisschen Randale gesorgt. Seine Mitspieler nicht nett bezeichnet. Aber ich glaube, das tut dem Team auch ganz gut. Ist auch so ein kleiner Wachrüttler. Ich will jetzt Riemann nicht vorwerfen, dass er das mit Absicht gemacht hat. Nee, dafür war die Bordwahl, glaube ich, zu krass. Aber es ist Leben in der Bude. Und ich glaube, jetzt kommt dann so ein Derby gerade recht. Ich setze ein bisschen auf den Holtmann, dass der vielleicht die zwei Momente, die Sven Michel hatte, eventuell auch auf seine Seite zieht. Ich wünsche mir, dass die halt zeigen, dass sie halt ein Jahr länger schon jetzt wieder Bundesliga spielen. Und deswegen halt auch dieses Spiel knapp gewinnen. Ja, wäre wünschenswert. Schalke vielleicht auch ein bisschen nervös nach dem zuletzt miserablen Heimspiel. 1-6. Wir erinnern uns gegen Union Berlin. Der Rudi dazu. Er sagt ebenfalls, Bochum gewinnt dieses Spiel. Dann haben wir den FC gegen Union Berlin. Da glaube ich, Union hat die Nase vorn. Beide Teams ungeschlagen in der bisherigen Saison. Macht es nicht einfacher. Beide müssen international ran. Ja, ich glaube, Union ist da schon ein bisschen eingespielter. Deswegen glaube ich, Union gewinnt dieses Spiel 0-2. Also die zwei eingeloggt. Und der Rudi dazu. Ebenfalls Union Berlin Sieg. Dann haben wir Freiburg gegen Gladbach. Letzte Partie des Spieltags, Sonntag 1730. Auch lange hin und her überlegt. Freiburg Sieg. Aber es ist ja oft bei solchen Teams, dass wenn sie dann mal einmal Tabellenführer sind und es verteidigen müssen, dann klappt es halt nicht. Gladbach natürlich in der Defensive geschwächt. Itakura, bester Verteidiger mit einer Sperre. Dann zudem Elwedi fragt mich, beziehungsweise fällt aus. Und ja, Friedrich natürlich ein guter Ersatz. Sie werden da ein bisschen improvisieren müssen. Plea fehlt auch noch an vorderster Front. Aber ich glaube, es gibt hier ein X dennoch. Ein 2 zu 2. Weil Freiburg muss ja auch international ran. Der Rudi dazu sagt, es gibt den Auswärtssieg für Gladbach. Ich glaube, das wäre historisch eine absolute Rarität. Gut, dann wollen wir auch schon der erste Wette einloggen. Und zwar Union Berlin Head-to-Head-Sieg in Köln gibt eine sehr gute 2-1-0. Beide ungeschlagen, hatte ich eben gesagt. Ja, aber deshalb müssten auch die Quoten wesentlich ausgeglichener sein. Internationale Erfahrungen, also den Rhythmus. Da hat Union natürlich von der Belastungssteuerung Vorder. Wir haben neulich bei den Kölnern auch gesehen, so gegen Stuttgart. Das war nach einer internationalen Woche für die, dass sie durchaus Platz sind. Union kann zudem wahrscheinlich auf Leite und Jordan zurückgreifen. Die stehen, ja, durchaus noch Option halt wohl für Sonntag. Auch deswegen sehe ich hier Union im Vorteil. Ich glaube, sie bleiben ungeschlagen, gewinnen dieses Spiel sogar eher. Wir sichern uns ab als, ja, bei unentschieden Geld zurück. Und, ja, findest du gute Quote. Union ist einfach mega konstant. Köln hatte im Gegensatz dazu ein bisschen Glück teilweise in den Spielen. Aber sie haben sich dieses Glück natürlich auch erarbeitet. Aber, ja, die Quoten müssten für mich komplett ausgeglichen sein. Daher Head to Head 2. Gut, das war es von meiner Stelle. Jetzt seid ihr gefragt. Da unten gibt es Kommentarfelder. Ballert die voll mit euren Picks, mit euren Tipps. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ich denke mal, morgen kommen weitere Wetten. Tschö!